Techbaum, Brötchen, Brötchen, Mehl und Kohle, zack, Brot, Mehl, Ei und Wasser, also brauchen wir nochmal Mehl, zip, können wir gleich ein bisschen Mehl davon herstellen, so, das alles einsacken, neues Portal hier, altes Portal sind nämlich gleich alle, das können wir nicht weggeben, oh, da sind noch die Eier für die Brötchen und Brot und was weiß ich, stimmt, stimmt, da kriegt ihr auch noch ein Portal, ich bin ganz schön verschwenderisch, was die Mana angeht inzwischen, aber wir haben ja auch einen ganz schön großen Pool, und Level 11 rückt bedächtig näher, dann wird der Pool noch größer und wir kriegen noch einen Zwerg, weg, 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 das weg, das weg, das alles weg, Schneeriesel oben drauf, nee, ist nicht gut, mach das dann mal weg, äh, ihr macht sehr komische Sachen da, weg, 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 so, nicht entmutigen lassen, Jungs, der Schnee da raufkommt, kommt wieder runter, plopp, weg, 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 so, Deckbaum, Brot, Mehl, wir haben 29, ja, ja, kommen die denn alle her, Brot hatten hier wir drei, es entstehen aber nur drei Stück, Mehl hätten wir theoretisch schon endlich, wir müssten ja nur immer wieder unten den Weizen anbauen, da muss man mal gucken, weil es wäre schon schön, wenn die was anderes kriegen würden, als immer nur Fischsuppe mit Fett drin, Yeti, Fett, bestimmt nahhaft und so, aber, nee, so, Sand bekommen wir auch wieder, sehr gut, Das Portal ist gleich alle, Wir kriegen ja noch neue Zaubersprüche, ne? Also der magische Sog soll recht schick sein, der ja alles anzieht und die Explosion, also mit der Explosion habe ich schon ein bisschen rumprobiert, was ich aber noch nicht probiert habe, ist mit der Explosion Bäume fällen, also einfach hier eine Explosion machen und gucken, was mit den vier Bäumen hier passiert, wo ist das Ding eigentlich? Äh, da, dazu brauchen wir erstmal einen Tesla Turm, dazu brauchen wir Silber, Ah, es zieht uns wieder in die Mini, wir müssen Getrie finden, wir müssen Silber finden, wir müssen mehr Gold finden, Dazu brauchen wir eigentlich den Fahrstuhl und genau deswegen machen wir auch die Brotback-Geschichte gerade, alles einsacken und einmal kurz die Minions die sehen einfach cool aus so genau das alles weg das, 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 das alles weg und neues Portal hier eins, zwei, drei weg, weg, weg ha 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 das ist gut Holz so, aber ich wollte gucken, was passiert mit den Silberbeinen die sind einfach nur weg das heißt, man schießt die Dinger einmal und das war's das ist ganz schön teuer wenn man denkt, dass Silber endlich ist sogar ziemlich endlich oh mein Gott das weg, das weg das weg dann soll man das da oben zuerst abbauen sonst fällt dir das Lerven genau das ist ein ganz schön dick Schädel weg, weg, weg und doink weg, weg, weg weg ah, geht das gut voran noch mehr Minions stecken die ja, stecken sehr schön das heißt, irgendwann wenn man hunderte von Mana-Punten hat kann man 10, 20 von diesen Schwärmen engagieren die dann alles leer sammeln ach ja das ist auch alles weg so, das hilft uns aber nicht wirklich beim Mitril und Silber und dem ganz anderen Getönes das heißt, ich schaue mich jetzt mal beim Tech-Tree um der zum, hier und zwar der Tech-Tree, der zu den Fahrstühlen führt und dafür müssen wir komischerweise kochen weil kochen eindeutig zu Fahrstühlen führt ein Topf übrigens auch ein Topf Fleisch, Blätter, Wasser Kohle ist echt mau ne, wird 3 ja, das könnten wir auch längerfristig mal machen äh, eine Kanne Ton haben wir nicht mehr öh, okay ich brauche auch Kohle so, wir stellen mal ganz kurz Kohle her Erde Holz Holz, Holz so 22 Kohle äh Lehm, Lehm, Lehm so, Ton, Ton, Ton eine Kohle und stimmt, die Kohle muss erst hergestellt werden ne, das war ja ein bisschen lästig aber okay, die Zwerge sind hier Ivers durch Portal steht noch und die Wuselfiecher sammeln alles ein dann stellen die Zwerge jetzt alle mal kurz Kohle her und Suppen und Pfeile und anderes Gedöns das sieht cool aus ähm erstens noch okay wir gucken derweil auf eine Glasvase du und du Glasvase die wird dann wohl da oder da hier steht gleich Wuselfiecher wuseln Portal wird hier nicht mehr gebraucht die Jedi sollen bei Zeit nur töten über das Dach sollen wir uns Gedanken machen also es kam schon der Vorstellung dass ich mehrere Turmspitzen setzen soll um zu gucken ob eine große Turmspitze draus wird aber ich glaube sowas ähnliches hatte ich schon probiert oder? ne ich hatte versucht mit einer Turmspitze auf die Turmspitze zu klicken um die Form zu verändern ähnlich wie bei den Steinblöcken aber mehrere Turmspitzen zu setzen habe ich noch nicht probiert ah okay äh und wir wollten Wasser setzen mal gucken wie viel Wasser dabei rauskommt nichts also fast nichts könnte eine Weile dauern also im Forum wurde schon vorgeschlagen dass wir das Ganze im wir übernehmen ein Zwerg so dann fallen wir ein Loch runter sterben dabei fast na komm so dann machen wir das so flop flop und so filmen wir das ganze Ding auf es geht es ist nicht schnell aber wir müssen es ja nur einmal machen danach dient uns das Ding als Fischteich und Notfallreserve so wir freuen raus das entfernen Sammelwasser das entfernen Sammelwasser will er nicht? äh okay dann machen wir so 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 die Brücke kann abgebaut werden so so jetzt da Wasser sammeln okay dann das noch weg und das noch weg und das noch weg und das noch weg und das und das töten und das genau unter die Brücke schicke Idee jetzt geht das also um Wasser okay so äh das füllen wir dann mit Wasser das füllen wir auch mit Wasser ach du kannst mal sterben Schneewerkräume von Neuer kommt hier kommen neue Wuselfiecher ja der Schnee muss weg Hantumata warum ist da gerade Wasser runtergepitschert? hier läuft nichts aus nö sehr komisch das Wasser kann ich nicht mehr abbauen nee na gut dann zumachen 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 zu nee nicht da das muss jetzt mal eingesammelt werden genau Sammelwasser Pfeile werden immer noch hergestellt Kohle scheint inzwischen fertig zu sein das ist schon mal gut hier ist soweit leer was sagt der Deckbaum die Glasvase ach die wurde instant hergestellt wir müssen die nur platzieren okay dann stellen wir jetzt die Glasvase da auf die Treppe wenn sich denn irgendein Zwerg dazu bemüht das zu machen packen wir das ganz kurz weg weg schließen du will das Werk übernehmen machen wir ganz kurz eine Kleinigkeit hier für die Ordnung und so weg 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 so kriegst du von hier aus das da weg ja sehr schön dann mach bitte zu 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 genau weg da befreien Kontrolle übernehmen raus und hier zu machen sehr schön noch eine Kleinigkeit das war loch meins tut tot tut zu da setzt der Stein und jetzt der Stein und jetzt der Stein Wasser haben wir wieder 21 über das können wir da rein kippen naja eigentlich können wir das hier so mittelfristig mal lassen bis wir die Becken oben voll haben und ein bisschen Wasser auf Vorrat und warum ist hier eigentlich noch ein Steinblock da 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 setze Stein setze Stein setze Stein setze Stein damit wir damit auch langsamer vorankommen so neue und zwei Portale können da Sand gerade hier achso die lassen ab und an mal was fallen okay also entweder das oder die despawn dann fällt das was sie in der Hand haben einfach runter genau macht das alles schick oder so schick wie ihr es halt machen könnt hier ist alles zugewuchert ah die Glasvase steht okay Glasvase weg und ein Luxusbett aus Stahl das tut weh es kostet so viel so ein Luxusbett kommt das Luxusbett hin ferne einfaches Bett so muss erst hergestellt werden dann bauen wir ein Luxusbett und vielleicht noch ein zweites hier hin dann war es das weil vier Stahl waren nicht also ja wir haben langsam wieder ein bisschen Gold aber das heißt nicht dass ich jetzt losgehe und alles wieder für Eisen ausgib auch wenn das verlockend wäre so ist das Bett fertig ja also Bett nee ne ah doch ich dachte schon als Bett braucht jetzt noch mehr Platz das ist irritierend aber nee der Block ist ja gar nicht wirklich frei er sieht nur frei aus ne das ist alles ein massiver Block deswegen konnte ich es hier nicht entsetzen und das sieht ganz schön pompös aus ihr habt nichts zu tun sogar ihr habt nichts zu tun das geht doch gar nicht hier da und da und töten und da und da und töten und hier so Bitteschön Zwerge ok ok währenddessen können wir ne einen Tisch mit Tuch bauen so Holz 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 Tisch mit Tuch die kommen echt auf Sachen hier das ist der Hammer Jungs ich habe ganz viele Aufträge verteilt Türen sind alle offen ähm ich glaube ich habe es kaputt gemacht hier fliegen alle rum bewegen sich nicht ich bin bei zweifach Geschwindigkeit anderthalbache Geschwindigkeit mehr geht nicht kann mit Feuerball eigentlich Eis schmelzen ne hätten wir auch getestet aber ich denke mal wir müssen eine kleine Pause einlegen denn die Zwerge streiken und der Timer läuft weiter also bis gleich bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal